. Okay, alle rein da, speichern, nach oben fahren. Scheiße, Rettungshof gescheitert, Geschichte. Ich würde, ich lass den mal anders sprechen. Also ich werde mich vor den Kampf nicht drücken, ich greife die schon noch an, Anna. Ich möchte eigentlich wissen, was passiert, Rettungshof Geschichte. Wer ist denn mal gut in Geschichte bei uns? Wer ist denn mal gut, Charakterbogen? Ausgerechnet Geld, der hat nicht ein Buch gelesen. Kann ich das nicht mit Gale machen, weil Gale nur ein NPC ist? Ich dachte, ich könnte auch, äh... Hat das was damit zu tun, wer wo steht? Sekunde. Nein. Hat das was mit der Position zu tun? Wer wo steht? Ich kann da aber auch mit anderen Leuten. Ich kann nur mit meiner Gruppe nur als ich Gespräch führen. Ich kann auch mit Schattenerzen Dialog führen normalerweise. Okay. Du gehst nach da? Du gehst nach da? Du gehst nach da? Du gehst nach da? Gay bleibt vorne stehen. Und Kala drückt denn da. Und Kala drückt das. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Es wird die Position sein. Wieso ist Karl Achtern jetzt alleine hochgefahren? Ach, weil ich die Gruppe aufgehoben hatte. Ich hätte die Gruppe aufgehoben, ich Idiot. Nee, du hast nicht verstanden worum es geht, Minsk. Natürlich hat das was mit der Position zu tun. Aber sicher hat das was mit der Position zu tun. Bippen die Gruppe auf und wir fahren nur mit Gale hoch. Okay, das ist komisch. Also dir ist klar, warum ich Gale genommen habe. Weil ein Rettungswurf eben eingeleitet worden ist auf Geschichte. Weil Darian ist nicht gut in Geschichte, deshalb habe ich Gale hochgeschickt. Weil Gale gut in Geschichte ist. Und der hat natürlich bessere Chancen auf den Rettungswurf. Das Witzige ist, dass dieser Rettungswurf jetzt gar nicht mehr kommt. Warum? So, also insofern, ja, die Position von Gale muss so sein, dass er den Dialog mit Gale sucht. Insofern hat denn die Position schon etwas damit zu tun. Was mich nur jetzt irritiert ist, dass gar kein Rettungswurf mehr kommt. Und gar keine Einblendung. Eigentlich müsste da ja auch ein Rettungswurf bei kommen, wenn Gale das Gespräch führt. Das finde ich komisch. Einfach nur weil ja ein Rettungswurf kam, weißt du so. Das finde ich ganz merkwürdig. Und das finde ich gut. Achso. Aber先, wenn du so. Du hast ihn ja auch gemacht. Für euch? Ich schlauze zuhören. Ich schlauze. Jetzt spricht er mit Schatten, Herr Zvetten, bei der... Nee, okay, ja. Das ist, das meine ich, Rettungswurf gescheitert. Geschichte, in dem Sinne, ja. Ich vermute höchstens, dass ich mehr Bücher hätte lesen. Ich möchte eigentlich nicht gegen ihn kämpfen. Ach du Schande, die haben ja Resistenzen gegen alles. Solange seine Aura der statische Entladung kann ein Mehrfachangriff. Wow. Ich glaube nicht, dass ich den kaputt kriege. Wir versuchen das mal. Oh, das ist überhaupt nicht viel. Das sind viel zu viele Leute. Das ist zu weit weg, ne? Nee, das geht. Okay, alles klar. Du gehst, aber runter. Okay. Kahlach. Ich hoffe, da bin ich wieder nach oben, Mensch. Kahlach muss ihm gleich so auf die Fresse abhauen. Und Schattenherz hat ein Problem. Die kann nirgendwo hin, weil irgendwie alles hier fett überwacht wird. Von allen. Schattenherz kann ich in die Ecke gehen und schon mal anfangen zu schleichen. Nee, Schattenherz kann ich schon mal anfangen zu segnen, glaube ich. Das ist ja auch ein Problem. Ich bin ja auch ein Problem. Ich bin ja auch ein Problem. Der Romin basiert nur auf das Aktivieren. So, okay. Ich bin nicht abscheulich, aber ich bin ein Feind. Also bei allen, bei allen Dialogen, bei allen Dialogen angreifen, solange auf eine Antwort wartet. Weisheit hat er nur 10. Verängstigen ist, kann sich nicht bewegen, das ist ihm glaube ich richtig egal. Aber, es machen wir mal. Ich würde ja lieber vorher nachgucken sollen. Immun gegen Verängstigt. Steht er doch gar nicht. Gut, jetzt wissen wir es. Vom Kack, ey. Ja, okay. Dann sind die anderen auch im Mund gegen verängstigt. Aber, Moment, 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 Moment. Ach, Wasser erschaffen geht nur im Umkreis. Ach, wie doof. Okay. Ja gut, dann später. Oh. Ja, dann nimm mal Sängerstrahl. Fehlschlag, warum? Die verfehlt? Oh. 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 Okay. Na ja. Das ist doch nicht normal wie die hochschießen können, oder? Weiß ich nicht. Dann, Sport kann ich mir auch sparen dann oder sowas? Was? Oh. Okay. das funktioniert, dann gehen wir mal weg und zwar gehen wir zu ihm mal rüber und machen direkt eine heilung auf gail was was ja ich habe sie besser später ich habe sie keine Chance ich Ich sehe das Essen, dass ich hier oben Schaden kriege von dem da unten. Wie weit? Eigentlich dürfte der hier nicht durchschießen können. Ich glaube nicht, dass ich das so schaffe. Ich glaube, ich muss immer wiederkommen, aber wir probieren das mal. Oh nein, ich habe diese scheiß doofe Waffe. Ich hasse mich. Und das war's mit meiner Aktion. Okay, zum Glück kommen auch noch Fehler hinzu. Ach, Sharkner, es ist noch gar nicht im Kampf. Die könnte ja vielleicht mal was machen, Mensch. Um... ... 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 Hat der denn eine nennenswerte Waffe? Ja, der hält ja was in der Hand, aber... Wenn der Zustand entendet, ist Bernhard zwei rundenlang betäubt. Bis dahin sind wir alle tot. Zu fliehen? Was ist denn fliehen? Läuft ja nur weg. Wir machen Kassen. Hat das geklappt oder hat das nicht geklappt? Ähm, heiligtun. Auf Kala. Drei Schaden, wie süß. Ich würde ja gerne den Feuerball, aber es macht nur Sinn auf eine Gruppe. Ich brauche deine Hilfe. Also nach Katzenbuckel sieht das aber nicht aus. Komisch. Mehr Tränke für die Dame, mehr Tränke für die Dame. Wo hab ich denn meine ganzen Heiltränke? Ja. Aua. Ja klar, sicher. Das Problem ist, ich kann sie nicht irgendwie alle schüften. Das ist nicht so richtig gut gelaufen, aber wir heilen unsere Freundin mal. Okay, wir versuchen mal... Ja, das wird wohl nicht... Doch, doch, wir nehmen den... Nein, wir nehmen den... Moment, doch, wir gehen dahin. Ja, der ist halt sehr immun gegen solche Sachen. Äh, wir haben noch Granaten. Was haben wir denn für Granaten? Giftige Schleimbombe, Säure... Pferd Turmbluten ist vielleicht jetzt Rauchpulverbombe. Rauchpulverbombe. Äh, das klingt... Werfen. Wie groß ist denn das? Hm, let's see. Viel schlapp? Warum? Komm, nimm ihn raus jetzt. Okay. Wie groß ist denn da? Okay. Jetzt geht's auf ihn. Jetzt geht's los. Ich bin da nicht. Na, Mickey. Ich bin da! Sieht's weg. Äh, Moment, wieso wollte ich denn... Shit, da drüben ist er gewesen. So ein Scheiß, was mache ich denn? Ich hätte mir fast was aufs Maul gehauen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Warum laufe ich denn da rüber? Ist ja total dumm, was ich gemacht habe. Naja, gut, okay. Egal, Zuckbämmen. Ich will hier in die falsche Richtung laufen. Ja, ja. Es sind echt viele hier, ne? Ja. Also, äh... Geil, ich habe keine Stufe 1, aber ich kann auch hochcasten. Das fand ich sehr sinnvoll. Ach, der ist auch noch dumm. Intelligenz muss mindestens 5 sein. Scheiße. Ich dachte mir, ich nehme mal 1 für 10 Runden raus. Das wäre ja schon hilfreich gewesen. Das ist nur ne Aktion. Da ist... Ich kann auch mit den anderen Runden raus aus. Ich kann es nicht nur noch hinwenden, sondern auch abonniere. Die ganze Zeit, wenn ich nicht so will, nicht abonniere! Das ist es die Zeit, der sie mitzörten... Da ist nur noch etwas, wenn ich heute nicht mehr zu Hause verhalten. Wenn ich mich nicht so will, sollte ich nicht so ein bisschen mehr zu Hause sein. Oder? Ich kann es nicht so gut. Ich kann es nicht so gut als ich sicher verhalten. Das ist leider, was ich nicht so gut. Ich bin so zu spüren, dass ich nicht so will, dass ich das nicht so schnell aumento. Oh shit, da nehm ich den raus! Oh das gibt's doch nicht! Hast du noch welche, du hast noch welche. Einen daheim und zwei daheim. Achso. Nicht genug Bewegungsrate? Nee. Komm ich bin bei den daheim? Komm ich auch nicht. Okay. Ja, wir können springen. Ja, weil das ist halt meine Bonusaktion. Ah, ein bisschen doof. Äh, geht ja mal nicht anders. So, jetzt kann ich halt dann... Ja, gut, dann machen wir das. Reicht ja vielleicht aus. War doch mal ein Machtwort, was wir da besprochen haben, oder? Schießen die mal auf meine Freundin! Lass das! Hör auf! Jetzt reicht sie aber mal langsam, ne? So. Ähm... Was soll ich machen? Heading there. Better to hide than fight sometimes. Ach, zu Glück, ey. Komm, Gay. Wir runter. Mein Glatt. Torment! Okay. Das ist mir auch schon mal passiert. Als ich gefettwinkert habe meine eigenen Leute... Ne, das war... Das war einfach nur komplett Unachtsamkeit. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das überleben. Aber ich finde es nicht gut. Also... Dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist... Finde ich nicht gut. Äh, ich werde auch gleich speichern, lesen. Und werde mir eben einmal den Spaß machen, vor diesem Kampf nochmal den Spielstand zu laden, zu Umelum zu gehen. Aber genug schlecht hat der ja... Eben einen Tipp. Das Papier ist eingerissen, abgegriffen, als ob es häufig in der Hand gehalten und sehr geschätzt wurde. Aufstehen ein kleines Gedicht ohne Namen. Leere Blätter sind alles, was ich von euch noch habe. Ein letztes Geschenk. Eine letzte gedankenlose Gabe. Ich güte sie weiter, ich kann sie nicht verbrennen. Mir fehlt schlicht der Mut, mich von ihnen zu trennen. Ein schönes Gedicht. Ja, Blitzgesinstenz, die hier schon was bewirkt, ne? Aber so viele kaputte Armaturen hatte ich hier noch gar nicht. Das ist ja ein Nennzwerk, was wir hier herstellen können, glaube ich. Vampirberührung, fliegen. Was ist das? Ne, erst looten. Wir können nicht gleich hier mal alles anfassen. Plündern, wetten, wir haben nichts. Schwerer Arm, Russ Karlach. Aber das ist auch nur für den Händler. Bei mir ist das nicht. Plündern. Auch eine Schwerer Arm. Naja, weil die nicht Schatten hält. Die Treter ist schon so viel. Die Karlach. Die kann ruhig nur nur schleppen. Achso, einen habe ich heruntergeschubst. Genau. So, und was hat er? Plündern. Dank der mächtigen Heilung. Ein uralter Schlüssel. Leuchtfeuer. Ein Ring, der macht Licht. Achso. Ja, okay. Aufheben. Und Lichterschöpfung. 3-17 Schaden. Eine helle Barbe. Zweihändig. Mit extra Reichweite. Überladung. Chance auf Betäubendes Anwenders. Sofern ist es nicht mein Konstrukt. Ach Gott, wie doof. Echt? Ich kann mich damit selbst betäuben? Gut gemacht auf jeden Fall. Ich frage mal, ob es nicht doch ein Konstrukt ist. Ach Gott, wie doof. Ich kann mich damit selbst betäuben? Ich frage mal, ob es nicht doch ein Konstrukt ist. Ich habe Minsk so verstanden, dass Minsk eine Möglichkeit kennt. Oder? Minsk und du? Ihr? Seid ihr hier zu zweit? Du oder ihr kennt eine Möglichkeit, ne? Also nur ein Ja oder ein Nein bitte. Du kannst Ringo bestimmt whispern, vielleicht, falls er sie wissen möchte. Oder du spielst es nicht selber, ne? Oder hast du nicht vor, das selber zu spielen, Ringo? Ja, ist ja ungünstig. Chance. Wie hoch mag denn die Chance sein, sich damit zu überladen? Es sei denn, du hast permanenten Blitzresistenz. Dann könnte das vielleicht noch ganz witzig sein. Wir machen erstmal eine kurze Rast. Und dann benutzen wir mal den Hebel. Ja. Ja. Äh. Es wackelt einmal. Sieht denn jemand was? Kala, was ist denn da oben eigentlich, wenn du sprichst? Da 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 da. Hier ist nichts, ne? Was macht denn dieser Hebel? Warum macht die Kämpf? Weiß nicht. Gibt eine Möglichkeit ohne Kampf. Ja, okay. Ja, die fände ich auch besser. Tja. Wer? Oh, Collins. Guten Abend. Hallöchen. Dankeschön für den Wait. Kurs Chaos. Guten Abend. Holzenbaba. Holzenbaba, ich werde nichts sagen, aber du hättest auch schon hier sein können. Nein, alles gut. Wir haben ja echt ein paar eben fiesen Kampf gehabt. Und ich weiß ja gar nicht weiter. Collins, hey, Dankeschön. Moin. Das ist nett. Ich würde auch ganz gerne versuchen, das nochmal ohne Kampf zu machen. Weil ich... Warum soll ich mich mit... Warum soll ich mich mit... Aber es ist komisch. Ich habe... Diesen... Diesen... Diesen Wurf hier nicht... Was macht es denn? Irgendwas wackelt doch hier. Was habt ihr schon? Bälle? Moment. Was? Wo habt ihr schon? Wer schreibt wo? Den check ich nicht. Ach, du diskutierst mit meinem Bot? Okay. Bällebutt, wir haben hier einen Bällebutt im Chat. Wir haben einen Bällebutt im Chat. Das hätte er vielleicht noch dazu erwähnen sollen. Glaube ich. Wir haben... Es gibt einen Bällebutt. Natürlich gibt es hier im Stream Bälle... Jeder mag Bällebutt. Peter. Glaube ich. Die meisten. Also. Spiel speichern. Äh... Nach... Äh... Werner. So. Speichern. Ich möchte jetzt trotzdem... Den alten Spielstand laden. Der ist das. Geladen. Und wir gehen jetzt erstmal zur Ummelung. Ich finde es ganz komisch... Dass... Äh... Was hast du... Ach so. Ah, Sunkenland gespielt. Ah. Das hatte ich jetzt doch, ne? Das dritte Mal war das dann. Hat dich doch gefangen, ne? Ich würde es eigentlich auch gerne mal anspielen. Alter. Dann müsst ihr irgendwie Seven Days dagegen mal tauschen. Dass man dann sagt. Okay. Wir spielen jetzt halt... Ich muss halt ganz wieder dahin laufen, ne? Aber wir haben die Pilze getrunken. Deshalb lass uns mal mit Ummelung sprechen. Ich weiß nicht, ob Ummelung irgendwie mir dann sowas sagt wie... Ach so, ja, da im Turm, da... Keine Ahnung. Irgendwas Kluges, das mir vielleicht hilft. Weißt du? So. Was ich komisch finde, dass ich, äh... Mit ihm hier... Einen Rettungshof auf Geschichte bekomme. Und mit Gelnich, der... Ja, in Geschichte viel besser wäre. Und mit allen anderen habe ich auch keinen Rettung. Geht da bitte raus. Och, Kinderhass. So, Ummelung, reden. Ich grüße dich, Kind des Sonnen. Wie hat deine Suche für die Muschröme gefordert? Der Pilz ist mein Freund. So, helft mir auf. Ich hab die Pilze, die er braucht. Gedankenschön, da kann man nicht dran angreifen. Das ist super, ja. Er kommt immer wieder durch hier, ne? Wofür war der Trank normal? Ach ja, er wollte ja die Larve neutralisieren. Wenn's dir hilft, schmeckt's nie. Ist so. Was genau wird das mit mir anstellen? Das verheimlichte mir. Ist das extrem gefährlich? Naja, ich auch. Er hat ja auch gesagt, die Larve kann man nicht entfernen. Er will sie auch gar nicht entfernen, weil das würde doch, könnte schon, aber der würde mich umbringen. Wollen wir jetzt nicht so. Ich hab noch Sachen vor. Übrigens einmal Akt 2 sehen und dann sterben. Aber er versucht sie quasi nur zu betäuben, um mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Deshalb kann da nichts passieren, glaub ich. Den Krank trinken. Das mach ich auch ohne Trank. Auf die Gegenwart, nicht auf die Illusion konzentrieren, mit aller Willenskraft konzentrieren. Intelligenz? Bin ich so dumm? In den Wirbeln abgerüben blicken. Nein, wir konzentrieren uns schon irgendwie. Ich kann auch beide von hier. Ich kann nicht beide nehmen. Ich habe fünfzig Minuten, glaube ich. Es pierst deinem Gehirn wie Knochen Eis. Der Parasite legt deeper, als ob es deine Knochen auszupackt. Oh, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, aus Wiedersehen, Inspiration. Komm, es geht mir nicht noch ein Zwanziger unter. Ich glaube, mein Kopf schlatt. Ich spürte, wie sie immer wuchs. Sie hat mehr Macht in mir. Einer Trank hätte mich umbringen können. Die Lava hat das fast getan. Er sollte sich schwächer machen, nicht stärker. Nee, wenn nun das Erste. Das klingt am besten. Ich spürte, wie sie immer wuchs. Sie hat mehr Macht, denn je. Also steckt die Lava nachher in die Aufwand, und hab ein Geilhün. Ja, das war doch von vornherein klein, Junge. Und jetzt? Soll ich mir den Kopf abschneiden? Nein. Vielleicht hat das alles was Gutes. Mehr Macht ist besser als weniger. Ich finde alle drei Antworten jetzt nicht so richtig dolle. Ja, haben wir auch. Wir haben auch ein Beil zu Hause. Und den soll ich aus deiner kalten Hand entnehmen? Moment, ich würde euch den Ring ja schenken, aber er ist unbezahlbar. Könnt ihr wieder... Könnt ihr ihn bezahlen? Also es ist doch... Wenn der unbezahlbar ist, warum? Ist doch so ein kleiner, kleiner widerlicher Tentakel, ne? Einfach laufen lassen, soll er seinen ollen Ring behalten. Da mal gucken. Warum habt ihr den Ring nicht von diesem Trankdebakel erwähnt? Genau. Ich habe Goiti. Wer ist damit? Nein, ich will diese Macht. Behaltet den Ring. Ich will wissen, was der Ring... Gebt mir die Ring, sonst mache ich euch nieder. Einschüchtern. Bade auftreten. Deine Geschichte... Die Geschichte deiner bisherigen Abenteuer auffüllen. Die Ballade von Hirn, Brühempfetzen und Mumpitz. Ja, komm, mit so viel Bonus machen wir das. Aber ich würde schon ganz gerne erst den Dialog führen. Warte mal. Warum habt ihr den Ring nicht Feuer mit? Du hast doch vor letztem Stream hast du doch gesagt, du kannst sie nicht entfernen. Ja, im letzten Stream hat er gesagt, entfernen können wir die auf keinen Fall. Ich wollte sie nur angucken. Also so. Wir machen das mal. Ich weiß ja nicht, was die sagen. Ich muss den Ring ja nicht tragen, wenn ich ihn habe. Wir machen das hier. Ja, komm. Easy. Da. Ey, bei einer 32 will ich nicht nur den Ring haben, da muss er auch noch eine Axt drauflegen. Oh, der hat schon einen Plan. Aber der hat sowas halt auch noch nicht vorher gehört. Aber stirbt er jetzt, wenn er seine... ist, es hilft, es hilft, es hilft, es zu verletzten. Es hilft, es hilft, es heilt. Da sitze ich aus mit der Vergiftung. Die Waffleiste würde mal länger, ne? So, was habe ich denn jetzt bekommen? Regende Gedankenabschirung. Du bist bei Rettungswürfen gegen Bezaubert im Vorteil. Mehr ist es nicht. Ja gut, können wir nehmen. Also, ich dachte, ihm passiert vielleicht was. Ja, ich hoffe, also nicht, dass ihm irgendwas passiert und ich brauche ihn ja noch, denke ich mal. Ähm, reden. Er hat auch nichts Neues, ne? Ne, was Neues hat er nicht. So. Ja, schade. Also, hier hat irgendwie gar keiner. Ich hatte gehofft, dass ich, weil er sagte, ich finde die Pilze im Turm oder beim Turm. Ich hatte ja gehofft, dass der mir irgendwas über diesen Turm sagen kann. Ich spreche ihn nochmal an. Ich spreche ihn nochmal an. Wie, der handelt auch? Schattensauber-Diadeen. Elixier der psychische Resistenz. Ja, klar. Hier rum. Und los trinkt er jetzt ständig. Perlenregeneration? Oh, cool. Verbrauchte Sauberwärts in deiner Wahl regenerieren. Einmal. Wenn der Träger einen Zustand bei einer feindlichen Gesänge der Zeit zugewiederheilen. Ist ja interessant. Du stellst zusätzlich, wenn du dann immer eine Kreatur heilst. Oh, der ist ja gut. Hm. Aber er wird doch... Ach man. Also, Spiel speichern. Ich habe hier in diesem Spielstand Bernhard noch nicht getötet. Mit welchem mache ich denn jetzt weiter?